Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Vlog. Endlich ist er da, der Frühling. Und mit dem Frühling auch die Dreckwegwochen von Allgut und Radio Starivari. Eine Woche lang waschen wir gratis euer Auto. Immer eine Stunde am Vormittag, eine Stunde am Nachmittag. Von Montag bis Freitag an den verschiedensten Allgut-Stationen. An welcher Station gewaschen wird, das verrät euch jeweils Radio Starivari eine halbe Stunde vorher. Neben der Gratiswäsche bekommen auch noch alle Teilnehmer der Dreckwegwoche 20% Rabatt auf alle Getränke im Allgut-Getränkemarkt. Das lohnt sich, glaubt's mir. So Leute, und schon geht es los. Jetzt ist es 9 Uhr und die ersten... Da kommen die Butterbrezen von Herrn Dugandisch. Herzlich willkommen und guten Morgen. Guten Morgen. Sie sind unsere erste Radio Starivari Dreckwegwochenkundin. Ich höre sie auch schon die ganze Zeit im Radio. Buttis gehen immer. Super. Alle Getränke in der Allgut sind während der Aktion fütig. So, müssen wir weiter vorn. Erstmal eine Breze. So, eine Breze. Super. So, eine Breze. Super. Super. Die geht jetzt richtig was ab. Hier wird aus allen Rohren gefeuert. Zwei Bänder. Autostange an Autostange. Das nenne ich jetzt mal große Wäsche hier. Elf Jahre, äh, ja, das elfte Jahr, jetzt machen wir die Radio Charivari Waschaktion. Wie finden Sie die Aktion? Ja, super. Finde ich klasse. Es läuft gut an, läuft immer noch und die Kunden sind sehr zufrieden. Kamatushka, wie ist es gelaufen? Ja, perfekt. Wir haben 110 Autos gewaschen. Wir fahren wahnsinnig viele Autos da. Die Leute haben uns total gefreut. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Liebe Leute, das war's für heute. Bis dann, ciao. Alles super.